In den letzten ein, zwei Jahren hat sich dieses Virus von Corona überall auf der Welt verbreitet. Und wir sehen, dass überall auf dieser ganzen Welt die Menschen Angst haben vor diesem Virus und jede mögliche Sicherheitsmaßnahme einnehmen, nur aufgrund von der Angst vor diesem Virus. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgrund von diesem Virus stirbt, gering. Jedoch gibt es eine Sache, die jeden von uns erreichen wird. Egal ob man reich ist, ob man arm ist, ob man sich versucht davor zu schützen oder nicht. Eine Sache wird jeder von uns erleben und zwar den Tod. Untertitelung des ZDF für funk, 2017